guten morgen eine neue woche startet heute ist der vierte und wir dürfen das vierte päckchen auspacken juhu ich freue mich heute in einem ganz tollen design mit sternen ich bin so neugierig ich bin so neugierig soll ich mal gucken ich würde sagen waschi tape was sagst du meine mama saß früher immer unter dem tannenbaum mit mir und wenn ich dann irgendwas ausgepackt habe weiß ich nicht lego oder irgend so was dann hat sie immer gesagt und katze maus ist wohl lego mama sag ich ja waschi tape schönes buntes niedliches waschi tape sehr schön da freue ich mich kann ich manchmal den mund mit zukleben oder naja heute sagt sie das auch nicht mehr weil wir packen unter dem tannenbaum nichts mehr aus ist auch schön also euch einen tollen montag und bis morgen tschüss